Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar möchte ich euch heute ankündigen, dass ich auch bei der Gamescom vor Ort live dabei sein werde. Das heißt, ihr könnt mich besuchen kommen, ich werde an einem Stand sein. Und ja, ich werde dort quasi vor Ort sein, ihr könnt da hinkommen und wir können ein bisschen quatschen. Und je nachdem, wie viele von euch sind, ich hoffe, es kommen natürlich ein paar, aber dass ich nicht komplett überrannt werde. Okay, ja, warum bin ich jetzt bei der Gamescom? Das macht irgendwie keinen Sinn, ich mache nichts mit Zocken oder sowas. Genau, richtig. Neben der Gamescom, das wissen wahrscheinlich viele nicht, ist auch eine Karrieremesse. Und dort gibt es eine Firma, die nennt sich Bertrand, die sind aus Friedrichshafen. Und ja, die haben mich beauftragt, dass ich da einen kleinen Vortrag halte. Das heißt, wenn ihr Interesse an Machine Learning habt, dann könnt ihr da auch einfach so vorbeikommen und euch das Ganze mal anhören. Das ist natürlich ein kleines bisschen ein anderer Vortrag als normalerweise, sondern ich kann das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten. Und ja, das ist natürlich auch für mich eine große Chance. Und so kann ich natürlich auch noch gleichzeitig ein paar von euch normal, also nicht online, eben offline kennenlernen. Und darauf habe ich schon sehr, sehr lange mal Lust. Das heißt, kommt da gerne einfach vorbei. Thema wird sein Machine Learning. Das heißt, ja, ähnlich wie diese Website hier auch, ist dort eben das Thema großflächig, sage ich jetzt einfach mal Machine Learning. Wobei es natürlich ein bisschen um Machine Learning während dem Autofahren oder sowas, also selbstfahrenden Autos gehen soll. Natürlich werde ich das nicht alleine da hinschreiben, wie das Ganze jetzt zu funktionieren hat oder sowas. Aber ein paar Probleme sind vielleicht eher bekannt und ein paar Probleme sind vielleicht eher unbekannt, was Machine Learning in Autos angeht. Und ja, wer Interesse hat, kommt einfach vorbei. Wo das genau ist, das packe ich euch in die Beschreibung rein. Und ja, das Ganze, um es nochmal gesagt zu haben, ist an der Karrieremesse. Das heißt, Halle 10-0-2. Der Stand ist B-0-28, C-0-28. Ist natürlich, wie gesagt, alles auch nochmal in der Beschreibung drin. Und ja, das ist es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Und wir hören uns bis dann. Ciao!